hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing der the force awakens figuren von hasbro der 4 inch figuren ich habe mir heute den resistance trooper drangenommen und zwar auch aus dem grund der ist jetzt aus der ersten wave noch über die ich noch nicht drangenommen habe aus der ich meine aus der space muster sein das heißt wave 1 space also sieht man eure karte und das kleine logo der space logo an der seite drauf was auch in arabisch untersteht auch aus dem grund um halt dann den das bilderweapon halt zusammenzubauen ja karte wie gewohnt oben auch der force awakens schriftzug denn es ist ja auch so dass die figuren die halt nicht im film vorkommen aber auf force awakens karten sind das dann halt nicht unter star wars halt bevor es awakens auftaucht jetzt ist die karte schon so dass sie gar nicht richtig zugeklebt ist sehe ich gerade das hat man bislang ja noch nicht dass hier also komplett die der blister lose hängt finde ich ja ganz interessant ich glaube die manchmal wieder auf die alte art auf das heißt ich trenne jetzt einfach mal hier oben an der an der kante interessant soll wohl dann irgendwie vergessen die klappt hier einfach so so weg und der blister keine ahnung kann man sie hochklappen oh gott ich habe mutler gewischt wird im laden gekauft wahrscheinlich ausgetauscht worden nein ich weiß es nicht keine ahnung wie und was und wieso aber entspanntes auspacken auf jeden fall so nicht mehr ganze kleinkramen drin also sicherheitshinweise und die dann die aufbau einleitung ist natürlich jetzt heute besonders wichtig weil es wird sicherlich unheimlich schwer werden halt die diese waffe zusammenzubauen also dem trooper liegt jetzt halt so eine art glas dabei dass man es gut erkennen kann hier vorne dass er hält kann wahrscheinlich funktioniert dann wahrscheinlich nur mit wenn man ein stand anbaut dass er allein so nicht stehen kann aber das halt eine sache die packe ich an die seite es geht erst mal um den trooper also um die bodentruppen des widerstands hoch die waffe hält er jetzt nicht besonders gut in hand die scheint zu wackeln ja die hält er jetzt nicht so prall na gut mache ich halt einen linkshänder aus ihm da scheint er dir ein bisschen besser halten zu können ja da kann man sie besser einklemmen also sind die ganzen resistance trooper die widerstandskämpfer sind dann halt linkshänder von mir aus gut um die waffe geht es momentan erstmal nicht es geht um den trooper selber der trooper selber hat ein visier vor was man auch nicht wegklappen kann ist auch kein klarsichtlasier visier sondern wie man sieht ist es halt dann bemalt worden hier kommt ein bisschen die nasenspitze raus also ein bisschen was humanoides sieht man außer der figur natürlich aber vom gesicht her sieht man wie gesagt nur die die nasenspitze wenn es überhaupt die nasenspitze ist vielleicht ist auch halten ich gucke mal eben kurz auf die verpackung wieder dargestellt ist doch da unten da scheint ein kleiner spalt zwischen zwischen helmen und visier zu sein dass da wirklich die nase raus guckt ansonsten finde ich die figur auch wieder gut gut gelungen gut beim kylo bin ich immer noch nicht so zufrieden weil der mir einfach zu zu plasterhaft wirkt also wirklich nicht so vom material nicht die auswahl nicht so ich hoffe man dass die neue version die demnächst so rauskommt ich glaube dass das demnächst also im märz rauskommt dass sie da etwas besser ist auf dem foto sah zumindest etwas besser aus so der hat einen harnisch um den man allerdings nicht ab machen kann und wie so ein patronen gut oder sowas der dann zwei gurte die hatten zum zwei riemen auf dem rücken verbunden sind vor nicht stelle ich mir ein bisschen unkomfortabel vor dass es halt vorne auseinander gehen laufen einem über die schulter hängt das kann ich mal beim kampf jetzt nicht so besonders aber sah wahrscheinlich so halt wie cooler aus empfehlen muss das auch nicht unbedingt die funktion verfolgen die man im real life dann gerne hätte so also er hat ein kugelgelenk kugelgelenk im kopf bzw im heldenkopf hat er ja nicht so gesehen ist ja leichter helden drauf auf dem hals gelenke sind super ausgelegt man kann sie sehr gut bewegen ist nicht zu wabbelig was wir auch schon hatten bei manchen figuren dass sie etwas lose waren bemalung finde ich finde für die standardfiguren also auch wieder sehr gut print ist gut auch so die innenflächen der der hände finde ich also sehr schön gemacht also da wo dann halt der das shirt halt an die an die händen anschließt oder die jacke also mischung aus shirtjacke kann auch eine weste sein dann ein shirt runter aber nicht mehr eine wie ist eine jacke also laut laut bild laut artwork ist es halt dann doch eine an jacke die er trägt und darum hat er zwei schreifen am helm also laut artwork im auto geht er auf jeden fall konform damit es auch kein verleihs foto aus dem film dass ich sagen kann da stehen fast nicht oder das abzeichen ist falsch oder irgendwas finde ich soweit also ganz okay gut viel zu sagen gibt es jetzt eigentlich nicht dazu viel mehr gut man kann sich jetzt erst mal so die rundum fotos angucken das heißt erst mal so ein bisschen die die vorderansicht anschauen und die die seitansicht und die rückansicht lasse ich immer kurz kurz durchlaufen ansonsten die sortierenden hat er noch so einen schönen einige doch ein kratzer ist halt eine eine trennungsfuge die halt im helm selber dann vorhanden ist die mit nachgebild wurde die waffe ist ein bisschen lauf ist ein bisschen verzogen aber ansonsten hält sich noch in grenzen eine waffe die ich vom typus jetzt noch nicht bestimmen kann ich könnte bestimmen welches das buch da hätte was im modernen wo liegt da weit weg ich habe jetzt leider bekannt ist aufzustehen das ist immer so durften scheinen und so gut also festgestellt haben wir jetzt auch dass der nur die waffe in der linke hand nehmen kann so ein bisschen reindrücken und da geht das und dann hält das auch den stand finde ich also super steht auch auf meinem etwas schrägen tisch kann ich von platzieren das ist also alles kein kein thema soweit steht er gut er hat so ein bisschen einen einen schritt nach vorne und körper ein bisschen gerade ausrichten müssen hindengeln dann irgendwie ein fuß schicken ist weiter vor das soll auch von der modellierung sein da auch mit der jacke im einschnitt und sowas sieht das schon mal soweit ganz gut aus okay soweit der trooper und jetzt will hier und werden nummer eins so hier mal wie gesagt den diesen blaster der halt in der hand halten soll dann probieren ob er den überhaupt zumindest auch in die hände bekommt dass er steht ist also jetzt vielleicht mal physikalisch schon klar dass das nicht viel passieren kann man muss ein bisschen auseinander biegen bzw die griffe ein bisschen nach innen und geht also relativ fix dass er den dann auch hält und auch ganz gut halten kann so man kann auch ein bisschen hindengeln in biegen so dass man sich gerade stehen ja das gewicht ist natürlich logisch dass es jetzt das ja nach vorne kippt das heißt dann müsste man ihnen dann halt auf einen stand packen und dann würde es auch gehen finde aber die wohnung so gesehen als handfeuer war für doch ein bisschen so groß und ein bisschen man muss ja weiter vorne halten deswegen bauen wir jetzt mal die andere geschichte zusammen haben wir hier das teil vom po und das teil was bei teil vater pilot dabei war so dann war das ja irgendwie mal gucken ich versuche jetzt einfach mal so wie es auch mit ikea möbel machen wir einfach ohne bedienungsanleitung das scheint da irgendwie darunter zu passen aber ich denke mal eher so rum das rohr nach vorne das ding da reingeklippt dann die schalen ich kann auch die blühe nach oben an die schalen ist netten dann hier oben ein so das schon mal und dann das so so mit tatsächlich kurz nach oben ok und dann das teil obendrauf ja und dann haben wir ein kleines geschütz was halt so beistellen können zu den einzelnen fahrzeugen sind keine megawumme ich gucke mal eben kurz in die anleitung ob da noch irgendwas dann gut also dann die griffe kommt da vielleicht auch noch an schwerer also nicht wirklich und da hat er sich also auch dieses also ein teleskop ist das ein zielfernrohr vor die augen gut muss man halt irgendwie so hinstellen sieht ein bisschen komisch aus aber ok zumindest das ding ist fast in augenhöhe also momentan riecht da mehr ins zielfernrohr als dass er das irgendwie als aber das auch wie durch guckt so kollege mal kurz an die seite ok das ding da oben drauf das ding da die flügel dahin das ist ja auch klar das ist okay das ist ja noch vorne ja nee das wärs dann eigentlich man packt das ganze dann schickt das ganze dann so halt zusammen und das ist so ein stehendes ding ausgelegt war es halt zu den einzelnen figuren wenn man das teil jetzt also nicht zusammenbaut dass man halt dieses diese beiden klappen die jetzt also die beiden schalen quasi wie so ein ding auf dem rücken schnallt habe ich auch im bild so der pro der kann sich das dann halt vom rücken machen ich habe den glaube ich hier sogar liegen ist das der und deswegen hat er wahrscheinlich auch dieses loch auf dem rücken damit er halt dieses zupackteil dann da irgendwie auf dem rücken stellen kann den piloten aber jetzt nicht aber der saß dann sowieso bloß in dem in dieser schale drin hoch der zerpflückt er so das war irgendwie na putter macht zerstörungswahn so und dann sollte man eben das ganze ding ja das ding nach oben quasi auf den rücken tropfen so komisch aus hat also zwei flügel sieht aus wie dann wie superman naja okay halt ein bisschen ein bisschen spielwert dann dabei an die seite geht es ja gar nicht sondern ich baue schnell das ding wieder zusammen so haben wir das bild erwarten und halt den resistance trooper die man schon mal den passend zum pro mit seinem x-wing und kann man halt schon mal so keine szenario nachbauen halt so eine hangar geschichte beziehungsweise vor den hangars dahin auf der basis halt das denn da drum steht beziehungsweise dann auch am falken steht oder sowas kann man schon mal so ein bisschen dann auch mit rumspielen und da ist sicherlich auch eine figur ich glaube die kommt jetzt auch noch mal in den kommenden waves raus wo also auch viele repaid figuren sind auch figuren bei sind halt die man doch schon in einer gewissen menge braucht wie gewisser trooper und halt auch dieser trooper also und space trooper würde schon sagen stormtrooper und auch der resistance trooper meine ich das auch in den nächsten waves sind mit dabei damit halt diejenigen die halt so eine kleine truppe zusammenstellen wollen dann auch genug material dann auch da haben und dann nicht ob die die figuren dann zu limitiert sind und man nachher wieder hohe rentepreise irgendwie bezahlt und das wäre auch blöd wenn man dafür für die figur für den basic figur davon mal 30 euro zahlen nur halt weil sie rar gemacht worden ist und ja sowas finde ich dann auch wie jetzt schon reihe und ziemlich blöd deswegen finde ich gutes hat wo die jetzt noch mal rausbringen haben sie ja früher also in den vorhergehenden waves gerade noch so zur tv tvc zeit doch immer ein bisschen vernachlässigt und ja guter step wie gesagt mir gefällt er macht sich schon auch gut dann nachher in der reihe da guck mal so von der von der größe vom vom pro kommen so ungefähr gleich hin ist jetzt auch der basic pro der mit dem festsitzenden helm und so aus meiner perspektive ist eigentlich ganz okay aus nicht dass eine figur auf die zu klein wirkt wie es in der vergangenheit auch schon mal aber wie eine layer lieber auch mal sehr sehr winzig wirkte irgendwie sehr hat das war sogar noch zur power of the force zwei zeit da gab es mal die besten leer die ein bisschen zu klein geraten war aber hier finde ich jetzt die sache bislang sehr homogen okay dann danke ich euch vielmals für das reinschalten fürs interesse und demnächst geht es dann wieder weiter ich denke mal jetzt wird es aber allerdings mehr so mit alle zwei tage neues video und das will ich jetzt mal so einpendeln lassen weil ich habe jetzt ein bisschen ich glaube das letzte kam auf die fünf tage bei diesen abstand und deswegen versuche ich alle zwei tage eins hochzuladen ich denke mal das geht am besten hin von meiner zeit her ja dann vielen dank fürs reinschalten und würde mich freuen wenn ihr nächstes mal mit dabei seid bis dann